Sie ist sieben, acht Jahre alt und sie wollte immer zum Konzert, aber ihr Vater ist gepfiffst und er meinte, das ist zu gefährlich, hat er voll überbrechtet haben. Und dann war alles schon vorbei. Na, schön, die zehn Jahre alt. Dann hat sie diese Woche keine Karten bekommen. Aber weil es Fernseher ist, bekommt sie diese Karten. Und die Vera, die wurde jetzt überrascht, die hat das nicht erwartet, hat schon ein bisschen Tränen gehabt und ich schlage vor, wir singen ein Lied alle zusammen. Ich weiß nicht, wie weit ich damit komme, aber es ist ein Lied, das ich heute Abend nicht spiele, weil sonst wird die Show acht Stunden. Alina, ist das okay? Aber es kennt ihr. Once in a while I see you, once in a while I don't, but when I, when I see you, I feel like lying over, lying over the clouds. Oh yeah, oh I, I want to do something for you, I feel like looking too, don't wanna hide. But I know, you'll make things too, don't wanna hide. Also, ich hoffe, es ist flowerstime. Das war's time! I'll never forget you, I don't wanna hide Jetzt müssen wir helfen! Alright! Why will it take so long, until I can see you again? I wanna see you again! Why will it take so long, until I can see you again? And you know, it's just a dream, oh yeah! Das geht viel lauter! And you know, it's just a dream, oh yeah! And you know, it's just a dream, oh yeah! Come on! And you know, it's just a dream, oh yeah! Dankeschön! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you!